Für uns gibt's da gar nicht so viele Unterschiede. Wir haben halt viele Pausen und sitzen viel rum. Aber das macht ja nichts. Ich will mich nicht beschweren. Die Disco Boys sind ja die Meister im Cover. Mit dem Manfred Mann-Klassiker For You hatten sie damals einen Riesenhit. Noch heute macht er in den Clubs ordentlich Stimmung. Mit Around the World wollen die Disco Boys wieder so einen Erfolg. Sie fragen sich jetzt vermutlich, von wem das Original war. ATC hieß die zusammengecastete Truppe und Alex Christensen hatte den Hit produziert. Wieder was gelernt. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Und es gibt großartige Musik zu diesem Wochenende von The Pusher.